Hallo und herzlich willkommen. Am 14. Dezember 2019 endet der 1963 aufgenommene Eisenbahntrajektverkehr auf der Vogelfluglinie zwischen Puttgaden und Röckby. Durch Zufall fuhr mir in Lübeck-Hauptbahnhof beim Umsteigen einer der letzten dänischen Eurocity-Züge vor die Linse. Untertitelung des ZDF, 2020 Aufgrund der deutschen Teilung war die Bundesrepublik Deutschland von den ursprünglichen Eisenbahnfair-Verbindungen nach Skandinavien abgeschnitten. So wurden neue Verbindungen hergestellt. Erst von großen Brote nach Geza und 1963 dann von Puttgaden nach Röckby. Somit endet heute auch ein Stück deutscher Nachkriegsgeschichte. Ich hoffe, dieser kleine Film hat euch gefallen und verbleibe bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye-bye hier aus Studio B, euer Tomcat.